Dings versteckt Wir lassen ihn mal hier so in der Entdeckung gehen Und schießen jetzt einfach mal auf einen von den beiden Ja, hat natürlich nichts gemacht Gut, ich dachte auch, dieser Raum wäre leer Nicht, dass da jetzt einer rausgestimmt kommt Machen wir doch hier mal einen Feldposten hin So, ja, unser Typ steht da so ein bisschen auf dem Presentiertor Oder zwei Und der andere macht vergiften wahrscheinlich Ne, auch zwei Aber da gab es schon ein Schlimmeres hier So Jetzt aber schnell speichern Kleines Wortspiel Ah ja, zwei Motoren Ah ja, und die rennen dann auch noch da hinten hin Okay, drei Motoren Ja, der Hat er Ach, er hat sich bewegt Hahaha Kann ich den Ergleichen mit Bewegung abgefeuert werden? Das ist äußerst 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 Hier geht lieber noch mein Deckung Und dann Sie hier Macht Auf die andere Pistole rum Und macht dann hier so einen Präzisionsschuss Auf meinen Finger Ach, den da Schuss hat dich gesessen Genau So Den hatten wir jetzt hier noch Ach, ihn hier Mhm Ach, das ist auch der Heiler selbst Ähm Machen wir doch mal so Ach, hoffentlich explodieren die Dann nicht so blöde Ähm Genau den Will ich weghaben So Du Du Bist kein Sturm Du bist auch kein Sturm Ähm Nein Du bist schwer Du Gehst nach hier oben Und Feuerst Den da unten weg Keine Bedrohung mehr Und wir sind vergiftet Sehr schön Wie viel Schaden macht Welche Waffe Kann ich das hier nochmal sehen? Nein Ähm Ich würde sagen Wir gehen hier hin Und machen Die hier geht hier hin Und Versucht man da drüben Irgendein Zerbischen 60% Ja, wieso nicht 60-60 Und schießt da Schuss hat nicht gesessen Naja, versteck du dich nur Duft des Blutes Daraufhin kann sie viel stärker bluten Wir haben beschossen in diesem Bereich Blöde Pluton, äh Muton Alienaktivität Ja Ja Wer habt ihr nicht drauf? Wir haben gerade eine Deckung weggeschossen Ja, ich weiß, dass ihr vergiftet seid So Ja, so weggeschossen ist die Deckung jetzt ja auch nicht Ich weiß noch nicht Hier hinten war glaube ich der Alien Äh, der Der Flugcomputer Ob der da nicht dann zerstört geht So Deckungsfeuer Nicht auf dem Sondern auf Diesen da Okay Hier kommt der Schmerz Okay, immer noch kritisch Nein, ganz gut Wollte ich jetzt nicht Aber ich weiß auch nicht, wie ich die Hier sonst Wir gehen hier hin Und dann Wir sind uns wieder hier hinten dran So Du hattest Super Sichtfeld Schussfeld Genau Diesen Dann macht das Mal hier gucken Bis Wo er Wieder ist Hm Nee Nee Da hinten dran Dann müsste der andere Alien noch kommen Kann ich nicht Das ist jetzt Blö Oh, unschön Hm Vielleicht Dass ich mich wirklich hier Deckenbegebe Und dann noch besser Ich begebe mich einfach mal dahin Und Und Dann machen wir Verlust Ja, auf der Seite Ausgutzen kann er ja auch noch Verlust Feldposten, vielleicht kommen wir wirklich raus Das war jetzt blöd Haha, daneben Ja, bist vergiftet, da haben wir es schon mal So Okay Headworts Laufen Sie hier rüber Oh, das ist doch Der war noch nicht so weit, dass der erste Frontanschuss daneben geht Nicht mal grattisch Nein, da ist zu fünf Schaden Brauche Nachschub Bis zu sechs Schadenspunkte Macht echt mehr als das MG Bösartig So Hier hin und vorsichtig sein Du machst am besten gleich den Feldposten Okay F10 Ja, da ist er wieder Ja Wie soll ich sagen Laden nach Bin bereit Ich habe halt nichts dabei zum Betäuben, Mensch, Whalen, du nervst Ich weiß, dass es eine Gelegenheit war Ich habe nicht geschaltet Ich hätte ja gern was mitgenommen Ich habe mich nicht geschaltet Ja, Rang eines Leutnants Diesel-Loppers Panzerbrechende Marzition Das haben wir noch nicht. Bietet höchste Teilung von der Erste. Machen wir das doch. Ein neues Sniper wurde sofort verwundet. Ufo-Energiequelle bekommen, sehr schön. Schweberleichen und was nicht alles. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was haben wir denn hier noch alles. XCOM...